Ja, hallo Freunde, wo nehme ich euch heute denn mit? Könnt ihr euch das vorstellen? Hey, ich denke mal gar nicht. Ich bin heute auf dem Weg, eine ganz alte Freundin besuchen. Die ist nämlich schon ewig YouTuberin. Und ich so als Newcomer in der Newtom, wollte mir immer ein paar Informationen holen. Ich denke, die wird mir da noch weiterhelfen. Ich bin richtig gespannt. Tierhalter ist da natürlich auch noch. Oh, der richtige Name steht an der Tür. Ah, hallo, der Hamster vom Dienstherst. Hallo, Nidioti. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, du hast ja auch ein Zoo bei dir. Ich wollte mal eine alte Ego-Tuberin besuchen und jetzt bin ich aber mal gespannt. Genau, dann kommen wir rein in mein kleines tierisches Reich. Ja, gerne. Passend bist du ja schon angezogen. Ich zeige dir jetzt einmal meine beiden momentanen Bewohner die Hamsterchen. Hier haben wir das Zuhause von Zoe. Das ist ein Roborowski-Zwerghamster. Ich habe sie gerade hier noch rumflitzen sehen. Ja, als Verein kam habe ich sie auch gesehen, aber dann war sie sofort weg. Die hat sich wahrscheinlich erschreckt. Ja, die ist ja sowieso ein bisschen schreckhaft. Die Robo ist ja im Allgemeinen. Aber auch viel zu flink für die Kammer gerade. Schade, aber ich habe sowieso was eingeblendet. Und ich glaube, du weißt, wie ein Robo-Hamster aussieht, oder? Ja, klar. Haben wir ja auch zu Hause. Das ist kein Problem. Ich wollte ja nicht die Tierarten sehen, sondern ich wollte dich ja erleben. Wer wohnt hier? Und hier wohnt die Shihiro. Hier habe ich auch einen gezeichnet da, so ein Namensschild. Aber die sehen wir überhaupt nicht. Also die ist erst, wie sie es gehört, wir haben es da um Mitternacht aktiv. Aber ja, ich blende sie auch einfach mal hier ein. Ich glaube, du kennst das auch. Ein Riesengold-Hamster, so groß wie ein Meerschweinchen. Und das sind beide die großen. Die haben auch einen Freilauf. Weil du musst dir vorstellen, da, wo du immer stehst, da baue ich immer alles zu. Und da können die nachts immer so rumspazieren. Hier im ganzen Zimmer? Ja, also so ein bisschen. Da hinten habe ich auch frei, weil das ist ja meine Arbeitsecke und alles. Aber dann können die auch sich hier immer austoben und dann spielen. Also zumindest sie, weil sie es jetzt haben. Also die spielen. Spielen die zusammen? Nein, nein. Immer einzeln? Immer einzeln. Ich war jetzt auch ein bisschen erschreckt. Nein, ich mache sowas doch nicht. Einer Futter für den anderen als zusammenspielen. Ich glaube, du musst doch wissen, dass ich mich um die Haltung sehr kümmere und dass ich die nicht zusammenhalte. Deshalb war ich ja gerade so erschreckt. Ich dachte, ich habe da was falsch verstanden. Nein, nein. Hamster sind Einzelgänger. Ja, alles klar. Hier der Hamster. Das war die Stelle, wo wir beide uns kennengelernt haben. Damals. Da warst du bei uns damals, als du ein Neujunk warst. Ja. Und da warst du im Geschäft und hast gesagt, du bist so ein Hamsterfreak, du machst YouTube-Firma. Ja. Und den Hamster hättest du gerne und den haben wir dann aus der Auslage genommen, damit du hier einen neuen Begleiter hast. Und ich fand deine Geschichte so spannend, als du mir erzählt hast, dass du schon eben als 14-jähriger YouTuber geworden bist und was du da alles für Pläne hattest. Warum geht die Zeit so schnell um, Leute? Ja, ich war aber da total beeindruckt und dachte, ich kriege nicht einen einzigen Film auf die Kette. Und dann junge Mädchen, die zeigt mal den alten Zajag, wie die Welt läuft. Und da war ich so begeistert und wir treffen uns da immer mal wieder. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt frage ich mal, ob du mich mal einlädst. Deine Welt wollte ich doch mal kennenlernen. Ich bin total begeistert. Meine Welt ist zwar groß und YouTube, aber klein hier. Du siehst es ja. Wir sind gerade hier in meinem Arbeitszimmer. Wir haben da hinten ja für die Zuschauer dann so eine Filmwand, die wir sehen auch mit dem ganzen Hamster-Kuscheltieren und Hamster-Figuren und was da alles zugehört. Auch hier mit meiner Wand, mit den Wölfen und Schäferhunden. Ganz wichtig natürlich ist ja auch mein Arbeitsplatz, weil ich mache das ja auch nicht einfach so, sondern auch mit meinen ganzen Programmen. Und das kann ich dir nachher am besten einmal kurz zeigen. Ja, das wäre spannend. Hier entstehen also deine ganzen YouTube-Filme. Nachdem sie gedreht worden sind. Nachdem sie gedreht worden sind, genau. Schnitt, Photonen, alles zusammenschneiden. Mikrofon, alles. Bis hochladen, denke ich mal. Genau. Ara schläft daneben. Dann habe ich auch mal eine gute Begleitung und da wird dann auch alles geschnitten. Das ist ja auch ganz neu noch, weil ich nämlich ganz viele Do-It-Yourself-Projekte mache. Also sowas, dass man selber auch mal bastelt und den Zuschauern zeigt, dass sie das nachmachen können. Weil hier habe ich ganz viele an Holzsachen für die Naga, wo ich das dann auch mache. Und da baust du dir das Spielzeug für deine Tiere selber? Ja, ich habe mir dann mal irgendwann gedacht, es gibt eigentlich auch so viele Möglichkeiten, warum nicht selber machen. Ich mache auch ganz viel an Einrichtungen alles selber, weil gefällt mir und du kannst auch so tolle Themen machen. Ja, genau. Das ist immer Hobby pur. Nicht nur das Tier haben und alles Zubehör kaufen. Da darf ich als Unternehmer ja eigentlich gar nicht sagen. Ich habe ja nur mal ein Geschäft und würde ja natürlich lieber verkaufen. Aber ich habe natürlich viel lieber, wenn unsere Kunden, die sich mit Tieren beschäftigen, so intensiv mit dem Tier beschäftigen, dass sie auch für ihr Tier selber was machen. Das ist viel besser für die Bindung, fürs Tier, für den Menschen, für alle. Das heißt, man braucht ein paar Teile, die man eh kaufen muss. Aber sowas selber machen, da ist eine ganz andere Verbindung zum Tier. Finde ich super toll. Das hier ist mein neuestes Schätzchen, was ich dir zeigen kann. Das habe ich bei euch auch übrigens gekauft. Das Aquarium hier. Ach, das freut mich. Das ist ja auch schön, wenn ich jemanden besuchen komme und der tatsächlich was bei mir gekauft. Und ich sehe nicht nur selbst gebasteltes. Also das sind jetzt hier meine beiden Hauptbewohner. Das sind meine Axel Nottl. Die habt ihr auch bei euch im Geschäft drin. Das sind aber zwei ausgewachsene Exemplare jetzt hier. Ja, die sind schon ziemlich groß. Ja, das ist mein Mädchen, also meine ohne Zahn. Die hat so um die, ich glaube, 28 Zentimeter oder so. Das ist ein Melanoide, also ganz schwarz. Und hier habe ich meinen Kerl, der Herr hier. Ja, Schneeweiß. Und Junge, hattest du auch schon davon? Ja, die haben sogar jetzt frisch wieder Eier gelegt und waren tüchtig. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht. Ist davon ein Ei, ne? Ja, weil ich lasse die im Becken momentan einfach. Weil die fressen die ja auch zum Teil momentan, möchte ich aber keine Jungen großziehen. Und ich lasse einfach mein Schicksal. Und die Fische, die da drin sind? Das sind Kardinäle. Ja. Die können die Temperatur ab. Ja, gut, das hatte ich wohl schon gesehen. Aber ist der Axel Nottl nicht eine Gefahr für die? Ja, das ist entweder zum Wecksnacken oder so schön fürs Aquarium zum Anschauen. Ach so. Das heißt also, die Halbwertszeit der Kardinäle ist nicht so groß? Also die werden schon weggefressen, aber ich wollte mal was im Aquarium haben, was schön schwimmt. Vor allem jetzt abends, wenn das so beleuchtet ist und die Fische da rumschwimmen. Das ist schon schöner, als wenn man nur Axel Nottl hat. Weil ich habe die jetzt seit vier, fünf Jahren und immer nur die beiden Knalltüten dazu haben, die sich nicht viel bewegen. Die sind ja nicht so aktiv. Da habe ich mir gedacht, dass ich doch ein paar Futterfische. Und solange man die Fische da hält, die da gehalten werden können, wegen den Temperaturen und die auch keine Gefahr für die Axel Nottl ist, ist alles super. Ja, dem Fisch geht es ja gut. Das sieht man ja. Und in dem Augenblick, wo er gefressen ist, geht es ja auch ganz schnell. Das ist Natur. Ja, genau. Die passen ja komplett ins Maul. Ja, Kreislauf des Lebens. Das ist also ja nicht wie Pireynas, wo dann mal nur ein Stück abgebissen wird, sondern die schlucken ja ein Stück runter. Genau. Und das ist jetzt hier mein 160 Liter Becken. Da habe ich, glaube ich, auch einen Vlog bei dir gedreht, wo ich dann einkaufen war. Ah ja. Glaube ich. Da haben wir bei euch auch das Aquarium. Goldenert steht jetzt auch gut. Mit der Kühlung funktioniert das auch gut. Da haben wir noch mal dazu gebaut, wegen den heißen Temperaturen. Und welche Funktionen haben die Flaschen? Die sind Deko. Nein. Die sind zur Kühlung. Die tun wir sonst in eine Kühltruhe. Und dann werden die runtergekühlt und eingefroren. Dann tut man die da rein, damit auch die Temperatur hier hält. Wie wir sie hier sehen, da haben wir 20 Grad. Hier hätte ich dann mein ganzes Futter, auch für die Fische und für die Axel Nottl. Aber die kriegen auch noch so Fische, die Axel Nottl. Ah ja. Die kriegen auch mal so Fischfutter, also normal Fischfilet oder so, kriegen die. Die werden total verwöhnt. Ja, eine gute Idee mit den Flaschen hier. Ich meine, die gibt es nicht bei uns zu kaufen. Das ist Orangensaft. Kriegt man, glaube ich, in ganz anderen Unternehmen zu kaufen. Aber ohne Orangensaft bitte. Man kann einfach sauber Wasser rein in Tiefkühltruhe. Das ist natürlich nicht die ideale Kühlung für ein Aquarium, die man als Dauerkühlung nimmt, wenn man am Becken immer kühlen muss. Aber wenn wir so im Hochsommer mal ein echtes Problem haben, um mal kurz 2, 3, 4 Grad runter zu kühlen, dafür sind die mit Sicherheit eine wertvolle Hilfe. Einfach ein toller Tipp. Einfach mal vom Praktiker. Ich denke mal, sollte sich jeder mal merken. Da sehe ich gerade, du hast ja noch ein leeres Aquarium. Kommt da noch mehr Achseldäute rein oder was hast du da geplant? Ja, das ist zwar noch in Planung, aber vielleicht kommt da noch ein weiteres Themengehege hin. Das ist jetzt gerade noch leer, aber ich plane immer wieder neue Sachen für YouTube und für die Zuschauer. Und die möchten gerne auch, dass ich einen weiteren Hamster habe oder vielleicht Farbmäuse und wieder eine Welt da reinbauen. Da möchte ich das mal schauen. Und dann hat man schon mal ein Aquarium oder einen Käfig gebunkert. Man weiß ja nie, was da kommt. Ja, man weiß ja nie, was kommt. Ja, so habe ich auch mal angefangen. Bei mir ging das auch vom Garten über den Keller durch die Wohnung bis auf den Dachboden in alle Temperaturbereiche, die Tiere. Also mir kommen da so ein paar Erinnerungen. So was habe ich auch immer im Keller stehen. Ja, wenn ich jetzt noch einen Garten hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch etwas ganz anderes da drin. Und zwar eine Außenanlage für die Kaninchen. Aber die kann man uns ja auch mal angucken. Ja, gerne. Da habe ich nämlich zwei Stück. Die sind im Wohnzimmer. Ja, schauen wir mal. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ihr beiden Schnarchnasen, was der Norberte dazu sagt. Weil hier haben wir ja die riesen Wand. Die erdrückt einen ja schon fast so erschlagen, wie das große Bild von dem Gehege hier ist. Und sag mal, was sagst du dazu? Oh Mann. Das ist riesig, oder? Oh Mann, das Kinderzimmer für Kaninchen. Ja genau, das ist ein riesen Ding hier. Ich hoffe, man sieht das in den Videos. Das sieht man so, ja, eigentlich gar nicht so. Aber ja, da sind noch die zwei anderen. Ja, aber wenn man da die Größe sieht, wenn ich mich also mal dahinter stelle und so als Größen vergleiche, dann würde ich ja mal so sagen, also viele wissen dann also immer noch nicht, der Name Zajac heißt ja im polnischen Hase. Ja. Und hier in diesem Riesenkäfig würde ich Hase problemlos reinpassen. Die dürfen ja auch noch raus. Die dürfen abends auch immer durch die gesamte Wohnung hoppeln. Und dann verirren die sich? Nein. Oder kommen die wieder nach Hause? Nein. Also die Hesen, die Brötchen, die will immer in die Küche, weil sie was zu essen haben will. Die weiß schon genau, wo es immer was gibt. Können wir sie auch gleich fittern, weil ich habe da was vorbereitet. Kriegen ja auch immer frisch Futter. Und ja, es sind zwei ganz gewiefte und die wissen schon genau, wie die einen in den Finger kriegen. Ja, wenn die lecker da sind, dann wissen die natürlich, wie es geht. Die können ja die ganze Zeit aufpassen und dich beobachten. Ja. Und dann wissen die, ja, wenn die Miyuki das macht, dann gibt es gleich was zu essen oder dann wird es sauber gemacht oder dann eine Spielstunde. Dann wissen die dann irgendwann mal genau. Genau, die haben da oben auch noch eine eigene Couch und die Transportbox da auf dem Schrank, weil das ist ihr Schrank, das ist der Kaninchen-Schrank. Das ist der Kaninchen-Schrank. Ja, die haben einen eigenen Schrank. Also ich... Da ist Garderobe-Wend. Ja, genau, so wie wenn sie rausgehen, spielen, dann Schuhe. Darf man die Tür aufmachen oder lieber nicht? Ja, klar, doch, du kannst es aufmachen. Da ist all das Streu drin und so weiter und alles, was man so braucht. So sieht das aus beim Kaninchenhalter zu Hause. Genau. Wir kennen auch viele Aquarianer, da haben wir noch nie unten in den Schrank losgemacht, weil da fällt meist was raus. Aber bei einer Jungfrau ist es halt ja einigermaßen aufgeräumt, wie ich das so sehe. Das Hobby Aquaristik war ja früher ein reines Männer-Hobby, da sollte man wirklich nicht die Tür aufmachen. Aber hier ist ja total in Ordnung, alles da, was das Herz begehrt, für Meister Lampe. Bei den Ramstern ist halt auch nochmal, die haben auch nochmal zwei komplette Schränke. Die haben auch eigene Schränke. Also so zwei kleine Kalax-Regale, vielleicht baue ich auch ein drittes. Eigentlich wohnen nicht die Tiere in deiner Wohnung, sondern du bist hier so Mitbewohner. Sie lassen mich wohnen. Ich darf mit den Tieren hier wohnen. Die tolerieren dich hier noch. Ja, ich darf hier wohnen. Von der Wohnung nehmen wir also ganz sicher aus, so wie ich das sehe. Ja, die sind so. Ich habe Spaß daran, mir macht halt nichts aus. Ich lebe gerne mit Tieren zusammen. Das ist meine Welt, mein Hobby und die Zuschauer kennen das ja auch nicht anders. Ja, das kann man ganz sicherlich so sagen. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal gesagt, genannt Norwärts Welt. Aber hier sind wir in Miyuki's Welt. Und die ist zwar ganz anders als meine Welt, aber die Miyuki lebt genauso mit ihren Tieren, bei den Tieren, wie ich zum Beispiel. Ganz tolle Sache. Als Menü heute gibt es Karotten, dann haben wir hier noch Eisbergsalat. Meine Tierchen kriegen nämlich immer frisch. Also, wie gesagt, die kriegt irgendwie jedes Team nur mal das vom Besten. Auch die Hamster. Aber die kriegen erst heute Abend ein bisschen davon vom Salat. Dann was Brokkoli. Brötchen ist absoluter Liebling. Weißt du, warum wir uns Kaninchen übrigens geholt haben? Als wir bei euch dann im Geschäft waren, bevor wir hier eingezogen haben, haben wir halt überlegt. Holen wir uns was Größeres einfach, weil Kaninchen länger leben. Und für die Hamster, die schwärmen halt nach zwei Jahren oder so. Und dann haben wir bei euch dann Kaninchen gesehen. Und ich hatte ja früher immer welche. Und ich dachte, eigentlich sind die doch so süß. Und die hatte ich auch ein Schwarzes dabei. Und ich schwärme für schwarze Tiere. Und ich so, okay. Ich glaube, wir müssen uns wieder Kaninchen holen. Und dann war Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich habe mich wieder so verlieblich so, ich liebe eigentlich Kaninchen, warum habe ich keine mehr. Aber früher, da hatte ich ja nur die Hamster und das alles. Und dann, ja, aber jetzt wieder voll auf den Kaninchen-Trip. Und die sind wie kleine Hunde. Wenn sie jetzt aus der Ara, wenn sie jetzt da ist, dann laufen sie nicht rum. Aber sonst laufen die auch in der Küche und dann wollen sie mal zu essen haben. Es ist richtig schön. Und vertragen tun sie sie nicht miteinander, dass der Ara und die Kaninchen... Doch, die... Doch. Ja, gestern habe ich einmal versucht, die so ein bisschen aneinander. Der Ara hat nämlich nicht so einen Jagdtrieb. Also die sind verträglich mit Katzen, mit Pferden, mit Kühen. Ich habe mehrere Kunden, wo also wirklich kaninchenfrei in eine Wohnung laufen und die Hunde mit. Und die kuscheln im gleichen Körbchen sogar und alles. Also gibt da richtig tolle Lebensgemeinschaften. Genau, das ist jetzt zwar nicht immer hier der Hund, aber die Kaninchen haben jetzt auch keine Angst mehr vor ihr. Ja, das ist natürlich wichtig. Wenn da eine Angst, Panik hat oder so. Ja, da muss man natürlich immer erst mit dabei bleiben und gucken. Aber so funktioniert das super. Oh, große Salatplatte. Eine große Salatplatte mit ganz viel... Mit Kohlblätter? Ja, das sind Kohlrabi-Blätter. Ja, und da ist ja kein Problem damit. Äh, nee, die sind das gewöhnen, so frisch zu fressen. Ach so. Also ich habe die, vorher haben die auch Trockenfütter gefressen, aber ich habe die komplett umgestellt. Äh, da muss man natürlich darauf achten. Wir zeigen hier, wie man Kohlblätter füttert. Rennen Sie jetzt bitte nicht sofort alle ins Geschäft und kaufen Kohl und sagen, boah, die fressen das so gut und das gebe ich auch. Da muss man natürlich seine Tiere ganz langsam dran gewöhnen. So wie die Miyuki das hat. Mittlerweile sind die Tiere Grünkost-Esser, Fresser. Aber nicht einfach Mengen reinwerfen, sondern nur in ganz kleinen Portionen steigern und gucken, ob das ihre Tiere auch wirklich vertragen. Ich komme jetzt mit der ganzen Salat-Bar hier mal rein. Einmal hier so. Und die suchen sich jetzt auch nur das Beste aus. Das sind kleine verwöhnte Löffelträger, die wissen genau, was schmeckt. Den mal da der Karl. Der klaut immer und bringt das dann weg. Und sie frisst an der Stelle. Das ist das, was ich meine. Das Kaninchen möchte immer in die Küche. Gehst du jetzt mal weg? Ja, wir haben Besuch hier. Du kannst doch jetzt hier nicht durch die ganze Wohnung flammeln. Ja, du bist ja eine Lieber, was? Ein so geduldiger Hund. Wir drehen hier die ganze Zeit. Und hast gar keine Aufmerksamkeit von uns. Wir gucken immer die anderen Tiere. Da brauchst du jetzt auch mal eine Streichel einhalten. Ja, die Ara ist einfach nur da. Einfach zum Nieb haben. Das ist so ein Süßes. Dir geht das hier auch gut, glaube ich. Wenn ich gleich wieder weg bin, geht dir noch besser. Ja, da wird erst mal wieder Fahrrad gefahren. Eine Runde Sport. Oh, das ist aber schön. Jetzt wirst du sie nicht mehr los. Ja, so ist das. Wenn man einmal angefangen hat, dann... Die Kaninchen, die machen da hinten einen Krawall. Ist eben halt schon eine ältere Lady mit Pfeffer im Hintern. Ja, aber die weiß schon, wo es gut geht. Die lädt sich schon an der richtigen Stelle hin, wo es ihre Streicheleinheiten kriegt. Okay, dann gehen wir jetzt ins Arbeitszimmer. Oh, habe ich hier eine Fassung gestoßen können? Nein, das ist ein Gag. Da fällt jeder drauf rein. Keine Sorge. Wie, das ist ein Gag? Ja, das ist so selbstgemacht dran. Ich finde das total toll. Ich dachte schon, ich hätte hier deine Bude versaut. Nein. Nein, das ist einfach... Das ist immer so, damit jeder was zu lachen hat. Das waren die Kaninchen. Die sind da hochgekommen. Zu lachen. Ich habe einen Schreck gekriegt. Hat die bald jetzt rausgeworfen. Jetzt sitzen wir hier zusammen an dem Tisch der Machenschaft, wo ich dann hier immer zu Gange bin, wenn ich denn an den Videos arbeite. Das ist also dein Arbeitsplatz. Ja, mein Arbeitstischplatz, wie man es nimmt. Da drüben habe ich auch meine ganzen Türchen immer mit dabei. Und hier schneide ich dann immer auch die Clips, Videoinhalte. Ja, das wird ja immer so, alle so interessiert. Die sehen immer, man läuft mal mit der Kamera rum. Ach, der ist ja YouTuber. Ja, ach, total. Und wenn er da eine Kamera hat, dann ist der Film fertig. Genau. Nee, da liegt noch eine ganze Strecke Arbeit dahinter. Ja. Im Verhältnis hast du da eine Zeit, wenn du, ich sage mal, eine Stunde gefilmt hast, wie viel Film kommt da nachher fertig bei raus? Oder andersrum gesagt, wenn man eine Stunde filmt, wie viel Arbeit hast du dann hier noch an dem Rechner? Das ist immer unterschiedlich, weil es kommt auch darauf an, was ich momentan so für Projekte mache oder was ich filme. Weil bei mir ist das so, die Tiere arbeiten ja nicht auf Abruf. Wenn ich ein paar Clips mache und die Hamster springen von da nach da oder sind mal gar nicht in Stimmung, muss ich halt warten. Und das ist dann echt anstrengend zum Teil. Aber ich sage mal, das war früher schon. Tierfilmer brauchten die meiste Zeit. Ja, das ist halt so. Wenn ich einen technischen Film drehe, dann weiß ich genau, was da passiert. Ja. Und danach schneidet man das dann fertig. Aber das Tier läckelt ja nicht immer so in die Kamera. Nee, außer Aktionutel. Ja, die lachen immer. Die lachen immer. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Immer total heftig, genau. Und da muss man ja natürlich zusehen, dass man also da schöne Bilder hat, damit ihr prima Bilder habt. Ja. Ja, und wie lange brauchst du da so eine Nacharbeit? Eine halbe Stunde, eine halbe Stunde bis so eine Stunde. Weil ich mache ja auch die Thumbnails. Die Bilder, die man sieht, bevor man was anklickt, mache ich ja auch selber. Ah ja. Und die editiere ich dann auch mal mit meinem Programm mit Photoshop und so weiter und mache dann Screenshots und das kommt dann alles zusammen und dann auch mit der Musik. Ich habe ja jetzt auch ein eigenes Intro und da sitzt man immer schon. Und dann machst du alles selber oder was? Ja, das ist ja schon verrückt. Ja. Also ich kann sowas gar nicht. Ich kann also nur in eine Kamera reingucken und Spruch loslassen und fertig. Und wenn wir fertig sind, mitdrehen, dann gehe ich meine Arbeit wieder nach. Aber wenn ich das hier sehe, da ist ja eine Mordsarbeit, die dahinter steckt. Ich mache ja auch Tiervideos mit Herz, wie das hier drauf steht. Also ich mache ja so viel Herz, wo wieder drin ist, ich weiß nicht. Da klebt hier überall so viel Herz. Ja, ich mache ja keine mit Herz. Ich mache also hier mit Nager. Mit Nager. Mit Nager. Ich mache also meine Tiervideo mit Nager, nicht mit Herz. Ich bin da ein bisschen anders. Ein kleiner Einblick mal in eins meiner Videos, was ich momentan bearbeitet habe. Wie wir hier sehen, das ist nämlich mein Aquarienaufbau. Hier, das habe ich ja bei euch geholt gehabt, das 60 Liter Becken. Und dann habe ich halt passende Musik rausgesucht und dann wieder so ein Setup gemacht. Heißt, wie richtest du sowas ein? Und dann habe ich Stück für Stück halt alles aufgenommen und dann halt auch beschleunigt. Und damit Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, ach ich hätte gerne ein Aquarium oder ich hätte gerne eine Axelote. Anhaltung hat man ja auch noch nicht so viel im Internet, dass man sich das mal anschauen kann. Ja, so sehe ich meine Ware wieder. Da strahle ich. Ja, ja genau. Das ist genau das gleiche Becken, wie ich das gerade befüllt habe. Ah ja, spannend. Und dann im Nachhinein auch mit dem Wasser und wie man das dann alles macht. Ja, schön finde ich das, dass du da so alles selber machst. Du weißt wirklich, wo du drüber sprichst. Das sind also nicht einfach Luftblasen. Passt gerade zum Belüfter fürs Aquarium. Das sind nicht Luftblasen und Worthülsen, sondern du weißt, was du da tust. Und das, was du erzählst, ist auch so. Finde ich super spannend. Ganz tolle Berufsidee. Jetzt gesellt sich auch noch der Hund dazu und dreht sich erstmal ein. Ja, die muss immer mit dabei sein und ein Röntchen schlafen. Okay. Das ist dann hier mein Videoprogramm. Und dann habe ich ja noch daneben auch zum Zeichnen meine Sachen. Also hier sind meine ganzen Arbeitprogramme drauf auf den Rechner und editieren und so weiter. Mache ich mit Photoshop. Und da werde ich auch drauf zeichnen. Ich weiß nicht, wir können ja mal testen, wie du das so drauf hast. Ich drauf habe. Ja, zeichnen. Weil ich habe ein neues Grafiktabett, ein ganz großes. Und da kannst du dich ja mal künstlerisch. Ich? Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß ja gar nicht, wie es so weit geht. An so Geräten kann ich manchmal den Knopf ein- und ausschalten. Ja, das muss ich noch anschließen. Das ist noch gar nicht angeschaut. Ja, da habe ich ja vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Ich habe es sogar noch nie gemacht. Hast du das noch nie gemacht? Nein. Das ist das erste Mal? Ja, das habe ich noch nie gemacht. Wow, das ist jetzt eine Ehrenrunde hier. Das ist meine letzte Zeichnung. Also Shihiro, einer meiner Hamsterdichter, die ich da gemalt habe. Und jetzt sehen wir mal von Norbert die Kunst auf dem Papier. Ich glaube lieber nicht. Und wie mache ich das? Einfach drauf, dann loszeichnen. Was versuchst du da zu zeichnen? Ein paar Büschel. Ein paar Büschel. Ein paar Büschel. Da sehen wir das. Das sind natürlich meine allerersten Büschel im Leben. Okay. Also das wird nach dem trockenen Sommer der verdorrte Salat grün ist er noch. Aber sieht nicht mehr so richtig prickelnd aus. Ja. Und dem Hamster müssen wir natürlich hier vor den Füßen auch noch eine Pflanze hinmalen. Wird schon was schwer bizarres, aber wenn man noch nie so einen Stift geführt hat. Sieht ein bisschen aus wie so Aquarienpflanzen wie Wasserpest. Ja genau, das ist auch ja wesentlich mehr mein Thema. Wir konnten ja hier auch mal noch eine große Pflanze machen. Also ich glaube, wenn du dich da ausbreiten möchtest in dem Bereich, ich kann mich richtig vorstellen. Dann komme ich dich nochmal öfter besuchen. Und dann machen wir mal, dann machen wir dem Hamster hier unten so eine ganz kleine Wiese dabei. Genau. Es ist also wunderbar. Ah, da kannst du jetzt, ja genau, hast du gerade die Pinsel Einstellung gehabt. Das war also jetzt super. Jetzt ist mein Bild sehr viel wert, weil du ja jetzt was drauf gemacht hast. Ja genau. Das ist super. Ich kann dir da drunter auch noch signieren. Oh. Was eine Ehre. Das ist der erste echte Zayag. Ich habe jetzt deinem Hamster ein bisschen Salat gezeichnet. Und jetzt machst du mir mal ein bisschen einen Fisch im Aquarium oder so. Gucken wir mal, ob du demnächst die neue Grafikerin bist. Wie es bei Zayag. Das wäre ja mal noch ein Top-Job. Was ist denn das für ein Fisch? Ich habe gar keine Vorstellung, wie der Fisch hier aussehen könnte. Ja, das kann ich. Das sieht mir mehr wie so ein Schildkrötenkopf aus. Aber das beruhigt mich ja. Das hat nicht so für die ersten Anfänger für einen Fisch ist das ja ungefähr genauso gut wie bei mir die Graslandschaft. Ja, ich habe nur so eine grobe Vorstellung wie so ein Fisch. Was für ein Fisch. Also grömelig sieht er aus. Der lacht also nicht wie so ein echter YouTuber-Fisch. Ja, der spricht. Der kriegt so Zähne. Der kriegt so Killerzähne. Das ist der langgestreckte Piranha. Genau. Das ist ein Uhrzeit-Fisch. Ja, genau. Ein Uhrzeit-Piranha ist er. Der Hochgeschwindigkeits-Piranha, weil der ist wesentlich stromlinienförmiger als der normale. Ja. Ja. So sieht das dann irgendwie aus. Ich glaube, da müssen wir beide uns noch beide ran arbeiten an dem Thema. Da könnten wir ja wohl... Ich kann auch einen ganz normalen Fisch machen, wie man ihn so macht. Guck mal, das ist auch Kunst. Ja, das ist auf jeden Fall Kunst. Super toll. Ja, den muss ich jetzt auch noch signieren. Okay. Und dann haben wir heute zwei Kunstwerke geschaffen. Miyuki. Guck mal. Alles klar. Tolles Bild. So, das war mal ein Tag bei der alten YouTuberin. Ich habe festgestellt, die Miyuki ist nicht wirklich so alt. Aber die macht das ja schon viel, viel länger als ich. Und die hat mich ja mit auf die Idee gebracht, YouTuber zu werden. Fand ich spannend. Und ich fand es natürlich super spannend, dass ich mal ihre Wohnung, ihren Lebensbereich sehen konnte. Also, ich bin total begeistert. Falls ihr das mal öfter sehen wollt, ihr schreibt uns ja. Ich bin auf eure Briefe gespannt. Für mich war das ein super toller Tag. Und tschüss, bis demnächst. Vielen Dank. Dann. Vielen Dank.